weil leder ist weg oder gibt es jetzt irgendwie handwerkstaschen nicht dass ich wüsste ich hab doch gerade die ganze zeit gekürzt wo ist denn das ganze wieder hin bist du wo ist hier leder fetzen heißt es wo ist hier leder fetzen heißt es aber ich habe das soll ich habe ich das jetzt vertickt oder wird im rückkauf ist nix drin und peach wie findest du es zurzeit so naja ist eigentlich ja ich weiß gar nicht wie findest du es wirklich mal also ich habe jetzt gerade gar keinen plan wo das wo das ganze leder hin ist ja vielleicht ist es auch ein extra beutel reingegangen keine ahnung ich weiß es ja nicht jeder beutel haben müsst nein habe ich nicht das ist ja gerade das was mich so wundert aber ich guck mal wie viele wie viele garnisons aus außen du schon hast wie viele punkte ja das du brauchst doch relativ viel später ne also wie ich habe jetzt 325 und du ja ich auch ja also passt du frag ich eigentlich wir machen alles zusammen ja ja ich frage mich jetzt echt wo mein leder ist mein leder ist komplett weg und es war eine menge hast ja gesehen wie viel ich gekürt habe ich habe jetzt von von 550 hochgelevelt ne ja bei mindestens 70 sind mindestens zwei stacks voll ja locker wenn ich sogar noch mehr wenn wir so sechs sieben stück gefunden das ist doch mal so geil wenn ich durch die luft fliege ich weiß jetzt so nicht wo wir jetzt hier lang müssen ich glaube wir müssen jetzt hier irgendwie hoch ne welches welche quest habt ihr denn halt die mal witzig wenn man die wenn du diese schon fertig hast dann brauche ich die nicht rein weil du die nicht annehmen kannst du sollst du sollst sie mir im chat teilen ja dann musst du sagen posten pich bist du noch da ne hat mich bestimmt alleine jetzt gelassen hier mit den verrückten die verrückten sagt er wollt ihr zu mir kommen hier ist ein rahmop wieder nö was ist denn jetzt hier ja läuft ja was machst du jetzt hier was habt ihr denn ganz ruhig habt ihr ganz ruhig fest und das das nein wenn es zu mir liegt okay also spielst du nebenbei noch ein anderes spiel und guckst und hörst zu wie wir hier quatschen und so aber wir machen es gut sagt dann äh blacky dann ähm brauchst du mir das mal bitte ah ich sehe es jetzt wo wir landlevel ah WTF hätte ich auch früher drauf gucken können wahre name des verräters oder wahre name ich weiß jetzt gar nicht ich habe jetzt gerade alle quests offen die ich sowieso habe ich weiß nicht ob wir uns zwielichten machen oder zwielichten machen oder zwielichten ich bin noch da ich bin noch da ja ich habe nicht meine zeitverzerrungen gedacht weil der wahre name des verräters könnte es sein naja wir sind jetzt hier vorne wir sind auf jeden fall im gebiet äh 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 da hier ist der kristall sauber nein nein das ist gar nicht nötig du musst es hm äh hier peach schreibt mit mir ja ja ich kann den chat ja von dir noch lesen wir haben mich ja offen aber mir scheint das auch flüssiger zu laufen glaube ich oh kein Problem ihr hättet ihr mal jetzt äh äh kurz vor 0 Uhr sehen müssen alle stehen sie da mit ihren Reitmounds da ich konnte gar nicht mehr äh den Typen da sehen wo du dann ähm durchs Portal gehst oder was da ja deswegen fangen wir auch erst später an weil ich wusste schon ganz so genau was für ein Stress das sein würde und das würde sich einfach auch nicht lohnen zu streamen und zu zeigen ab wann sich das gelegt hat als das wo man weitergekommen ist ähm da hieß ähm hab ich dann nur noch gesagt setzt euch doch mal jetzt alle hin und nehmt eure Mounds weg so Mounds waren weg alle setzen sich hin auf einmal konnte man den sehen bei unseren nächsten Treffen ja das checken die nie das ist normal das ist ein großes Problem bei W.O.W. du kannst denen auch sagen ey statt euch mal ne Schlange an da kann das jeder nacheinander machen nö alle wollen gleichzeitig machen alle wollen sofort jetzt und am besten gestern ja eigentlich ist das ja auch machbar ne oh guck mal hier siehst du das hier die Schlange sieht voll geil aus ne Schlange das ist die Schlange ach so ja hier war gerade ein Dings sieht cool aus wie sie sich bewegt und so hat auf jeden Fall was die hab ich als Raid Mounds so groß halt ja ich auch hm boah Geronimo ach ja wie schön das Leroy aber warte mal bei mir klingt es noch nicht viel Leroy Jenkins hä? was war das jetzt das? Aufwertung? lol meins ist einfach mal auf episch gegangen wie ich hab guck mal ich hab hier grad normalerweise hätte ich da jetzt ein blaues Teil rausbekommen aber ich hab dieses Teil jetzt rausbekommen hier in lila hä? wie ist das denn immer? das hat sich einfach aufgewertet von der selbst coole Sache geil was ist denn das da? Platte? Handgelenk also ja ich hab da aber schon 528 leider boah erkennt ihr das? äh wenn Leute bei ein weiß ich nicht tausendmal klingeln aber eigentlich gar nicht zu dir wollen? ach jetzt äh guck mal wir müssen uns jetzt hier auswählen wo wir hingehen ja wo wollen wir hin? ja wir haben 3 aus 3 mal können wir auswählen ach du heilige Maria was nehmen wir denn? ich würd die ganz rechts nehmen ja gut weil sie besser aussieht als die anderen oder was? ja habt ihr jetzt? ach guck mal Konstruktionslehrling ach warte mal Verteidigerin? Kommandant? ihr wisst aber eigentlich auch schon dass Konstruktions dass ihr gewisse ähm Quests nur die auf euch zugeschnitten sind ja? dass ihr solche auch habt das was? das es gibt gewisse Quests die nur auf euch zugeschnitten sind ja die nicht zusammen genau richtig genau richtig ähm ich bin Verteidiger eindeutig Verteidiger weil wir könnten die spät angegriffen werden genau ich wähle euch mach ich auch und ich denke mal man kann's euch später noch ändern denk ich mal ich bin auch mal steif von aus ein epischer Kumpel ey ich hab'n ich hab'n epischen Verteidiger oh ist ein Paladin so wie ich gute Sache läuft läuft also die anderen kann die anderen kann ich jetzt nicht mehr ansprechen ja ich hab'n dritten ne? oder einen zweiten zweiten wir haben erstmal einen zweiten okay dann könnt ihr ja das könnt ihr ja das könnt ihr ja Dings machen hast du abgegeben und so? bitte? hast du abgegeben und so? ich denke also ich hab'n hier nix mehr ja jetzt könnt ihr wenigst zwei Missionen gleichzeitig machen das heißt wir müssen jetzt wo müssen wir denn jetzt hin? dann müssen wir ja nach unten ohne Garnison können wir auch wieder zurück da ist auch wieder was ja ich würd' einfach sagen das war ja gut ihr könnt auch den Ruhestein benutzen den ihr habt wollen wir erstmal da unten alles fertig machen? ja machen wir erstmal da unten alles fertig obwohl dann könnt mit der Garnison könnten wir den dann wieder in den nächsten Level schicken in die nächste Quest schicken also erstmal zur Garnison? ja würd' ich sagen ja gut dann können wir Ruhestein benutzen? ja ja flutsch wo wollt ihr hin? äh die Begräbnisfelder denn? keine Ahnung ich weiß nicht da wo die Garnison steht da sind wir grad ja ey da ist schon wieder ne Kiste die man benutzen kann das weiß ich ja die kommt immer wieder die hat ne gewisse Spawnzellen meine Männer stehen bereit und bei dem Typen kriegst du auch nochmal 40 Ressourcen ist gut ey hier ist ein Ei wo ist ein Ei? Wundsturz Ei du bist raus hä? doch Plus XP und ähm Ressourcen cool ich guck mal kurz bei meiner Garnison hier vorbei wo ist denn dein Ei? wo hast du denn das gesehen ey? ich ok ähm Leute ich muss mal kurz für kleine Jungs hier ne für kleine Mädchen ich bin da hier ohja sag mir aber erstmal wo du das Ding her hast ey die Garnisionsdinger ist für jeden anders ne? ja die Garnisionsdinger ist für jeden anders ne? musste mal sein Mission erfolgreich ja ja dich desertchen das ist geil ne? mit dem Erfolg dafür dass du als Kerl da stehst und dein Limmel hältst also ich bin ne Frau hier im Spiel also ich bin ne Frau hier im Spiel ja da setzt du dich hin ich weiß das haben sie eigentlich wie echt witzig gemacht so Blacky was wolltest du jetzt? hm ja hab ich vergessen das Ei ne du wolltest doch das mit dem Ei wissen wo das ist ja genau das Ei war weil warte mal das Ei war genau neben ähm die Kiste in der Kiste wie gesagt jede Garnision ist für jeden anders ne? mhm ja ja aber ich mein nur dass er sich ein bisschen orientieren kann und du findest auch unten aufs auf dem Boden auch so ne Sand äh äh Teile da sind auch so ne Ressourcen drin ich irre duf mal kurz die ganze Garnision ab Deutschfinger Alchemie Knurren nicht weit hier ihr habt das aber auch mitbekommen ne? wenn ihr in der Garnision seid dass ihr in einer verschiedenen Phase seid ja 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 wie gesagt wir spielen das Spiel ja schon lange also wir vermerken alle hier grausam genug ey dass wir alle gleich denken hier ja war Blacky ja man ah 100% das hört sich gut an müssen wir starten dann gehen wir 2 so ah was doofes ich kann nicht einfach mal jetzt sagen ich geh jetzt einfach mal äh ins im Gipfel der Ruhr und hol mir den 50% Buff soo kann man denn auch jetzt Leitern nach oben gehen? Ne ob was? ich dachte man kann Leitern jetzt hochklettern oder sowas ach das Ei hier ist ein Ei schließe das Ei jetzt ne? ja ja cool also sollte man öfter mal in seinem Formal ein bisschen durchstöbern ne? ja da entdeckst du schon einiges wo bist du jetzt hin? bist du schon draußen aus der Garnison oder? hey da ist der Mopsi Gestreuner cool was? ne ich bin die ganze Zeit am rumlaufen und suche und suche ich geh jetzt kurz bei Anhänger rein und werd mal kurz aufpackeln ähm falls ich weiß nicht ob ihr das schon gemacht habt das mit diesen Portalen ähm wenn ihr es noch nicht gemacht habt die sind ein bisschen buggy ja ich weiß da muss man absteigen und reinlaufen so ich hab jetzt ähm drei nein nein bei den Portalen kannst du nicht reinlaufen du musst da welche der ähm Support Meister musst du killen die sind nicht immer da meistens ist es buggy die spawnen nicht ach das da sind wir schon lange drum vorbei hab das schon okay dann haben sie es doch noch gefixt naja das ist einfach wenn da zu viele Leute dran sind dann äh kann das sein dass es halt mal buggy ist so ich hab meine jetzt einfach mal auf Missionen geschickt meine zwei epischen ähm aber hast du darauf geachtet dass es auf 100% ist ne was du kannst da du kannst es beeinflussen dass es auf 100% ist ne achso ja das war bei mir automatisch hast du gut gehabt weil ich bei einem hatte ich das nicht bei einem hatte ich nur 73 achso so ich muss jetzt runter vom Mount ich bring mich zum Silber ähm Sturmschild Sturmschild was ist das denn für ein Rabe äh Flugtier jetzt hier im Drive sieht jetzt auf jeden Fall anders aus viel besser finde ich hm das ist das das geniale was ich finde ist dass du dass die äh warte mal Mitstreiter sich leveln was los guck den Erfolg dann weißt du bescheid ja ich weiß es hat dich ja auch absolut schon ach wie geil ey du als Kerl hältst dein Lümmel und als Frau setzt du dich hin jetzt hast du auch mal nach ein paar Jahren auch mal dein ein ein ausgelernt was war das denn jetzt das ist cool ich hab ja warte mal hat aber ganz schön lange gedauert oder ich habe gerade irgendwas eingesammelt frag mich nicht was das war es war auf jeden Fall ein squeegee achso ja habe ich auch eingesammelt ja was ist das was war das keine Ahnung also ein Haustier ist es nicht ne du meinst so ein kleines Klattervieh ne ja 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 keine Ahnung ist doch keine Ressource oder so keine Ahnung ja ist auf jeden Fall mal interessant was das alles rumfleucht und kreucht so wo bist'n du äh ich hab den ähm du musst zum greifen und dann ist er drunter an äh annehmen ja hab ich schon gesehen da ist ein 1 ne achso jetzt fliegt ihr zur Insel Apropos zur Insel da kann warte ich komm da mit ich kann da auch hin da sehen wir uns wir uns